So meine sehr verehrten Damen, damit willkommen zurück zu Survival Post-Apocalypse Now. Beim letzten Mal sind wir ja durch einen Bug stehen geblieben. Ich gucke jetzt mal, wo es jetzt mich hier hinführt. Connected to Server. Es sieht schon mal bei weitem besser aus. Aber. Okay. Es scheint besser zu sein, ja. Durchschnittliche Bildschirmrate 58. Hm, was anderes zeigt da mir an, aber okay. Schön, dass die Leute hier gleich immer wieder alles zubauen. Das ist natürlich immer super. Man möchte da natürlich rein, muss jetzt aber außen rumrennen. Na gut. Ja. Wie gesagt, beim letzten Mal war es verwackt. Könnte vielleicht daran gelegen haben, dass ich es auf Deutsch gespielt habe. Würde mich jetzt nicht wundern. Ich habe es jetzt extra auf Englisch gestellt, um mal zu gucken, ob es damit dann geht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn es auf Deutsch gestellt ist, geht es nicht. Punkt. Und möchte jetzt natürlich wissen, wo sind wir, was haben wir, was erwartet uns. Und das Ganze natürlich, äh... Ich möchte jetzt nichts sagen. Aber da ist gerade ein Traktor durch die Gegend geflogen. In den kann ich mich auch rein entsetzen. Cool. Dadurch, dass der keinen Grip hat... Cool, jetzt bin ich jedenfalls hier oben. Cool, danke. Das nennt man dann Bug-Using, oder? Das heißt aber, dadurch, dass der hier geflogen ist, hier ist irgendwo einer. Und ich höre schon wieder diese blöden Hunde. Aber die sind nicht nach mir. Die suchen nicht nach mir, das ist gut. Ich muss jetzt, wie gesagt, überlegen, wo geht es lang. Man muss hier wirklich gerade mal die Bewegung beobachten, wo hier vielleicht ein Hund sein könnte. Gut, ich gehe jetzt hier nochmal wieder zurück. Vielleicht finde ich ja hier was zwischen den Zügen. Kann man das hier aufmachen? Nee, ne? Okay, gut. Gehen Sie mal vorsichtig lang zwischen den Gleisen. Ich würde gerne eine andere Sache in die Hand nehmen. Statt so einer blöden Fackel. Okay, dann mal Batterien. Das ist schon mal eine gute Sache, mit Batterien. Und einer Taschenabier, mal einen kleinen Bug. Kleines Röhrchen, ein bisschen Holz. Lautsprecher. Ventil. Irgendwelche weiteren Boxen. Hier kommt man schön hoch. Aber das war es dann auch. Also hier ist auch nichts weiter. Also gucken wir mal hier weiter. Hier ist eine Lagerhalle. In die würde ich jetzt gerne mal reingehen. Einfach nur um zu gucken, ist da was. Aber wir müssen halt natürlich auch vorsichtig an die ganze Sache rangehen. Wie eigentlich meine Fackel brennt, ne? Wenn ich mich drehe. Seht ihr, brennt sie. Hier ist eine Lagerhalle. Ich will da rein. Ich will kein Aufsehen erregen. Gucken wir mal hier. Das ist eine kleinere Halle. Aha. Hier geht es also auch irgendwo rein. Da. Da. Okay, gut. Hier geht es rein. Und da unten ist wahrscheinlich der Eingang. Das heißt, dass ich mal runter... Äh... Ja... Ja... Es... Klingt logisch, da so reinzugehen. Ähm... Wie haben sich die Leute das vorgestellt, wie man da reinkommt? So auch nicht, ne? Hä? Leute, was geht hier manchmal in euren kranken Köpfen durch? Rein kann man da auch nicht. Super. Autsch. Hauptsache erst mal blockiert, ne? Ja, verwundet. Super. Deswegen werde ich jetzt wieder sterben. Ich bin ja begeistert. Mhm. Hier ist aber auch nirgendwo ein Eingang. Oder gibt es in diesem Bereich gar keinen Eingang? Kann auch sein. Wundert mich zwar, aber naja. Weil gerade so welche Hallen, wenn es verlassen wäre, wäre richtig cool, wenn man da überall rein könnte. Aber... Das sind halt die Entwickler. Und wenn die Entwickler sagen... Nein? Dann heißt es doch... Nein? Geht es mittlerweile in der Voice-Chat? Nope. Aber ich hatte ja auch gelesen, dafür brauche ich ein Mikrofon oder ein Walkie-Talkie mit entsprechenden Batterien. So, kommt man jetzt hier mal rein. Ich kann es nicht öffnen. Ich kann es nicht öffnen. Ich kann es nicht öffnen. Nein, ich kann es nicht öffnen. Ach, toll. Da ist natürlich jetzt kein Schlüsselloch, um es zu knacken. Es ist echt krass, was die Leute hier alles zugebaut haben. Oh, verdammt. Blöder Hund. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Geh weg. Ist auch Munition drin? Na, toll. Oh, verdammt. Da kommt der Hund. Super. Wie meint das jetzt am besten? Er kommt da nicht hoch. Verdammt. Wie komme ich jetzt an dieser blöden Töhle vorbei? Okay, die befinden sich auf dem Weg nach oben. Das heißt... Oh, verdammt. Jetzt hat er mich gesehen. Oh, oh. Lauf, Forrest. Lauf. Ich lauf doch schon. Mama. Jo, ich laufe. Ich laufe. Komm, lass mich in Ruhe. Lass uns weiter. Und jetzt habe ich schon zwei unter einer Backe. Nee, nee. Nicht mit mir. Das kannst du knicken, liebes Wauwi. Okay, sie haben ja mehr Sachen eingefügt, aber man kann weniger öffnen. Das finde ich schade. Noch ein Schraubendreher. Brauche ich nicht wirklich. Okay. Scheinbar Munition, aber ich weiß noch nicht für was. Das hier könnte für ein G-36 sein, also beziehungsweise für ein automatisches Gewehr. Weniger zum Öffnen. Kann man öffnen. Kann man öffnen. Warum nicht? Kombinieren. Okay, aber wo habe ich denn die andere Waffe jetzt? Wo habe ich denn die Pistole hingelegt? Wie will die Pistole haben? Da hätte ich vielleicht noch Munition gehabt. Aber verdammt, lass die Tür offen. Ich befürchte Schlimmes. Ich glaube, ich nehme den Hinterausgang. Nee, ne? Och Leute, muss denn das immer sein? Warum baut man sich Gebäude bitte schon zu? Okay. Genauso hier. Was ergibt das für einen Sinn? Ich will es nicht hinterfragen. Ich möchte es nicht hinterfragen. Bloß es macht einfach keinen Sinn, das alles zuzubauen, weil man selber auch dann Probleme hat, da durchzukommen. Aber okay. Es ist für die Spieler so gewollt. Ja. In Rust wird es so gelöst, beispielsweise, dass dann die Spieler einfach in einem gewissen Umkreis von den Gebäuden nicht bauen dürfen. Würde Sinn ergeben. Aber gut, besonders die Kollisionsabfrage. Hallo? Die sollte doch jedenfalls gegeben sein. Nüsst du Info? Ich laufe gar nicht mehr. Ah, jetzt hat er es. So, hier ist wieder ein Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Aber es ist schön, dass es wieder funktioniert. Also es freut mich riesig, ja. Du kommst da jetzt nicht hoch. Punkt, Ende, Aus. Blöds Vieh. Warum können die nicht Katzen, die Bösen, sein? Kann man sich jedenfalls schnappen. Zack. Und beiseite. Oh, verdammt. Das Ding ist auch noch intelligent. Gehen wir jetzt die Leiter hoch. Ach, die Leiter sah ich schon. Hallo? Gehen wir rüber. Und ist hoffentlich weg. Hm. Ist echt schwer hier. 25 von 40 Spielern online. 25 von 40. Und ich bin der einzige Spieler hier in dieser Umgebung? Wem wollt ihr es erklären? Also wenn jetzt vier oder fünf Spieler wären, dann würde ich sagen, gut. Das klingt realistisch. Aber 25 von 40 Spielern? No way. So, dann gehen wir jetzt hier mal die Straße entlang, in der Hoffnung doch noch was zu finden. Oh, das da vorne sieht aus wie eine Höhle. Oder. Äh. Jo, wie eine Höhle mit einem Bären. Der sich festgebackt hat. Aber es ist mir gerade egal, ich laufe gerade. Verdammt. Seit wann gibt es hier Bären? Super. Hätte ich gewusst, dass man hier mit Winnie-Pooh kuscheln kann, ja, dann hätte ich das Ganze natürlich... Oh. Alter, der Bär ist hartnäckig. Äh. Oh, 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 oh. Nein. So, da bin ich jetzt wieder. Ähm, eben gerade hat bei mir die Einrastfunktion leider, ähm, ein bisschen sich festgehakt. Ähm, deswegen gab es hier einen Schnitt. Deswegen ist auch der Bär weg und ich hatte Glück gehabt. Weil ich nämlich offline gegangen war. Ähm. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, wir hatten hier bitteschön Winnie-Pooh erlaubt, äh, mit mir kuscheln zu gehen. Ja, wenn man die Einrastfunktion nicht deaktiviert, dann ist man natürlich selber schuld. Denkt man aber auch nicht dran, wenn man Windows 10 neu installiert, dass es diese blöde Funktion immer noch gibt. Tja, und dadurch, dass ich halt in Angst und Schrecken war vor diesem bösen, bösen Winnie-Pooh, äh, hab ich halt mir einfach die Shift-Taste gerückt, weil dann nämlich auf einmal, so wie gleich, wahrscheinlich aufhört zu laufen. Seht ihr? Weil seine Kondition aus ist. Ich war natürlich in Angst und wollte schneller laufen, aber, er wollte nicht. Hm. Gut. Ja. Wir gucken mal weiter. Also, Winnie-Pooh war ja schon mal eine doofe Idee. Hier ist ja schon wieder doof. Ja, hier könnten wir die Spieler bauen, hier. Hier war es mal interessant. Mal davon abgesehen, dass man da wahrscheinlich dann eh nichts looten kann. Ich hab doch da gerade irgendwo einen Schuss gehört. Hab doch den Knall nicht mehr richtig gehört, oder was? Mann, 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 das sind hier Zustände. So wie früher, im Zweiten Weltkrieg. Ja, Mann, das ist auch noch so Zustände. Da hat man sich verkrochen wie ein kleines, feiges Eichhörnchen. Ist ja echt tot. Haben die die Welt jetzt bei weitem größer gemacht und dafür leerer, oder was? Ich hatte immer noch keinen Serverwechsel, ne? Davon ist was. Davon ist was. Ich seh's. Ja, da ist ein Haus. Schleichen wir uns mal ran. Okay. Er hat ne Waffe. Er ist definitiv besser ausgerüstet. Ich versteck mich jetzt hier. Na super, ich bin verwundet. Ich bin ja begeistert. Ich glaub dir, dass du hungrig bist. Jetzt versuch ich vorsichtig an das Haus anzukommen. Ich brauch was, um ihn zu essen. Oh oh. Ich hör ihn. Ich brauch was, um ihn zu essen. Schnell runter. Das nervige ist, dass er jetzt die ganze Zeit sagt, dass er was zu essen braucht. Ich hoffe, das hören die anderen nicht. Ich hoffe, das sind nur seine Gedanken, die man hört. Nicht, dass er dann so um eine Ecke steht. Ich weiß, dass du hungrig bist. Ich weiß, dass du hungrig bist. Ich soll aber grad Prioritäten setzen, damit du überlebst, oder? Was bringt es dir, wenn du was zu essen hast, du blöder Charakter? Also ich eigentlich. Und ein Typ mit einer Pistole hinter dir herrennt. Da bringt dir das Essen auch nicht viel. Rein hier. Ach komm, da musst du dir irgendwas da gelassen haben. Ein Hammer. Okay, das ist schon mal eine gute Sache. So ein Hammer. Dosenöffner. Was zu essen. Low hungry. Okay. Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das noch überstehe. So, dafür räume ich einen Dosenöffner. Wow. Ich hab's ernsthaft überlebt. Ich bin begeistert. Kann ich den Besen nehmen? Mache ich alles Besen rein? Ist halt jetzt die Frage, ne? Jetzt möchte ich aber gerne das da austauschen. Ja, genau so. So hat's funktioniert. Das ist wunderbar. Ich würde dir noch ein bisschen Angst und Schrecken einjagen. Machen wir mal alles zu. Hier ist nix weiter. Und da war auch nix weiter. Ach, da ist noch ein Hammer. Okay, gut. Ah, hier ist noch was. Da ist noch mal Schokolade. Okay, ich bin nur verwundet. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, komme ich auf die andere Seite und überlebe es. Ich probiere es einfach und renne einfach mal rüber, in der Hoffnung zu überleben. Ich glaube, mit dem Hangar kann ich mehr ausrichten. Mit dem Hammer kann ich mehr ausrichten. Okay, da ist kein Schrank. Super, auch alles leer. Oh, oh. Oh, oh. That's my baby. Hello, darling. Und noch drei Schuss habe ich. Ja, ha, ha, ha. Gut. Wie das Ganze weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich bin euer Tru. Haut rein. Tschö, tschö.